Musik Hallo, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es wieder ein Fashion-Video für euch. Heute, allerdings diesmal mit Klamotten für mich. Das letzte Mal war es ja ein Video für meine Jungs. Klamotten, die sie sich selbst geshoppt haben. Und heute zeige ich euch meine Schätze, nachdem ganz, ganz viele auf Instagram und auf Snapchat gefragt haben, ob ich nicht ein Video dazu machen könnte. Ihr habt nämlich gesehen, dass ich eben bei Zara war, bei Stradivarius und bei Fashion5. Und ich habe mir gedacht, dass ich natürlich gerne ein Video mache, da ich die Sachen wirklich ganz toll finde. Es sind ein paar wirklich tolle Hingucker auch dabei. Und vielleicht dient es ja als kleine Inspiration für euch. Ich werde euch auch mal alles unten in der Infobox verlinken. Also ich suche alles nochmal raus. Ich hoffe, dass ich auch alles finde. Aber tatsächlich gibt es die Sachen auch noch aktuell in den Geschäften. Ich habe extra für euch nachgeguckt. Außerdem ist dieses Video auch wieder ein Fashion-Oktober-Video. Genauso wie im letzten Jahr. Vielleicht kann sich die ein oder andere noch daran erinnern. Ganz viele tolle YouTuberinnen haben Videos für euch produziert. Eben für den Fashion-Oktober. Ich war auch mit dabei. Und dieses Jahr haben wir wieder dasselbe gestartet. Alle Mädels verlinke ich euch gerne mal unten in der Infobox. Genauso wie die Playlist. Da könnt ihr euch mal durchklicken. Vielleicht ist ja auch die eine oder andere dabei, die ihr noch nicht kennt. Beziehungsweise auch ganz tolle Tipps, die ihr so vielleicht auch irgendwie umsetzen könnt dann als Inspiration. Ich weiß, dass viele auch zum Beispiel Sommerklamotten für den Oktober jetzt nochmal schön aufpimpen. Die Videos fand ich auch richtig klasse. Ich habe mich auch durchgeklickt. Und ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr auch mal bei den hübschen Frauen vorbeischaut. Aber jetzt würde ich sagen, starten wir erstmal mit meinem Video durch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und los geht's. Ich würde sagen, wir starten mit Fashion5. Da habe ich nämlich eine tolle Überraschung für euch. Und zwar ist es ein Online-Shop. Davon habe ich euch schon öfters berichtet, weil ich da einfach super gerne bestelle. Und die haben eine tolle Sache ins Leben gerufen. Und zwar ist die Internetseite im Moment so darauf ausgelegt, dass ihr nach eurem Figurtyp bestellen könnt. Das heißt, also die Aktion überhaupt heißt Be Authentic. Finde deinen eigenen Style. Und ihr guckt einfach mal auf der Internetseite und schaut, welcher Figurtyp ihr seid. Also habe ich zum Beispiel breite Schultern oder eine etwas größere Oberweite oder eine kleinere. Und danach werden eben die Outfits ausgesucht. Und so macht ihr da auch nichts falsch. Vielleicht kennt ihr das selbst, dass man manchmal sich in irgendeinen Oberteil oder so verliebt, aber das Ganze nicht unbedingt, ja, der Figur schmeichelt. Und da hat man einfach nochmal so einen Guide, also eine Richtlinie oder jemanden, der einen an die Hand nimmt und sagt, hey, pass auf, für deine schmale Hüfte zum Beispiel oder für deine breite Hüfte, so wie ich sie habe, pass am besten diese Jeanshose. Und ich fand es richtig cool. Ich habe dann einfach mal durchgeschaut auf der Internetseite und habe eben geguckt, welcher Figurtyp ich bin. und fand es sehr, sehr aufschlussreit. Und tatsächlich ist es so, dass ich danach auch immer meine Dinge bisher gekauft habe, weil ich einfach gewusst habe, hey, du hast einen recht kurzen Oberkörper, wenn man das so sagen kann, was sehr schade ist. Ich habe ja auch etwas kürzere Beine, also wow, ich bin voll die Baustelle. Egal, jedenfalls finde ich die Seite richtig cool. Ich verlinke euch das auch mal unten in der Infobox, da könnt ihr auch mal vorbeischauen, falls ihr da auch immer so ein bisschen unsicher seid. Und da habe ich eben jetzt auch ein paar Sachen bestellt, beziehungsweise durfte ich mir aussuchen, sagen wir es mal so. Deswegen habe ich es euch ja auch eingeblendet, ihr wisst, Ehrlichkeit und so. Also, ich habe mir ausgesucht diese Jeanshose hier. Ich fand die so schön. Ich habe euch ja schon öfters gesagt, dass ich Jeanshosen mag, die kürzer geschnitten sind. Also diese High-Waist-Hosen, ich weiß nicht, die sind zwar super modern und ich habe auch welche, aber ich mag auch diese hier sehr, sehr gerne. Also ich mag beides. Und die hat mich eben angesprochen, weil sie zum einen hier diesen Used-Look hat, dann hat sie hier diese Rose drauf gestickt, beziehungsweise hier unten nämlich, was ich richtig genial finde an dieser Hose, hier hinten ist übrigens auch nochmal so eine, und zwar sind die Hosenbeine. Ihr habt hier unten nämlich auch nochmal was Besticktes, und zwar steht auf dem einen Hosenbein Angel und auf dem anderen steht Rock, Rock Angel. Genau, das ist nämlich auch die Marke. Und ich habe sie in Small genommen, finde die auch total schön hier, mit dieser Knopfleiste, die so überkreuzt ist. Also ich fand die richtig toll. Ich finde, dass sie meiner Figur entsprechend eben gut steht. Mir gefällt sie sehr gut und die wollte ich euch schon mal zeigen. Dann habe ich mir ausgesucht eher bequeme Sachen. Ich bin ehrlich, weil ich arbeitstechnisch immer, ja, recht schicke Sachen trage, also mal eine Bluse oder einen Blazer, ne, und ich wollte jetzt einfach mal für den Herbst ganz bequeme Sachen, so Hoodies, mit denen du einfach chillen kannst, mit denen du, ja, rausgehst, mit den Kindern spazieren, durch den Wald, den Herbst genießt. Und dazu habe ich mir eben, wie gesagt, Hoodies bestellt. Zum einen diesen hier, da gibt es ganz viele verschiedene Farben. Ich habe ihn in M bestellt, das ist eigentlich figurbetont. Ja, ich bin ehrlich, also ich mag das immer, wenn, ja, man so ein bisschen fraulich aussieht, ne. Aber diesmal wollte ich sie weiterhaben, die Sachen. Und das ist so bequem, dieses Teil. Und das ist so weich, das ist so weich hier innen. Oh mein Gott, ich freue mich schon riesig, den zu tragen. Dann habe ich mir diesen hier noch bestellt, und zwar ist der in Blau. Wir haben hier auch diese Taschen, das liebe ich ja auch bei meinen Kindern, habe ich euch ja auch schon erzählt. Super bequem, auch wieder sehr, sehr weiche innen, der Wahnsinn. Ja, und dann noch eine Jacke. Und zwar ist es diese hier, in diesem Farbton. Ich liebe diesen Farbton für den Herbst. Also ich weiß nicht warum, aber ich mag es super gerne. Hier drinnen ist so ein, ja, so eine Art Nikki-Fell, aber in hochwertig. Also das ist richtig hochwertig, richtig schön weich. Ihr könnt es hier auch noch rausnehmen. Dann könnt ihr die Jacke auch für den Frühling zum Beispiel anziehen. Das wäre auch kein Problem. Die hat keinen großen Schlickschnack, ne. Also die hat hier nochmal so eine Kordel, dass man sich das Ganze nochmal zuziehen könnte und das Ganze etwas figurgetonter haben könnte, so wie ich es eben mag. Aber ansonsten ist sie eher schlicht gehalten und mir gefällt sie sehr, sehr gut. Dann machen wir weiter mit Stradivarius oder Stradivarius. Ich weiß gar nicht, wie es richtig ausgesprochen wird. Auf jeden Fall habe ich mir ein ganz schlichtes Top bestellt, ein Long Sleeve. Und zwar sieht es so aus, aber mir hat es halt total gut gefallen, weil ich hier unten dran nochmal diese Knöpfe habe in Silber. Und ich habe mir nämlich dazu einen Pulli bestellt. Der sieht so aus. Der ist ganz, ganz weich, aber der ist nur drei Viertel. Also da brauche ich eben was, was nochmal unten drunter irgendwie rausspitzt. Und da kannst du ja nichts Weites nehmen. Und deshalb habe ich mir dieses hier bestellt. Und ich finde es total schön, wenn man hier diese Knöpfe durchzieht. Beziehungsweise nicht durchzieht, sondern unten halt, ja, dran zieht. Mein Gott, ich habe schon wieder Wort für Lungsstörungen. Aber ihr wisst, was ich meine, oder? Okay, machen wir weiter mit Sarah. Und zwar habe ich dringend eine neue schwarze Hose gebraucht, weil die anderen, die ich habe, die sind schon so verwaschen gewesen. Das sah echt nicht mehr schön aus. Kennt ihr das, wenn man schwarz ganz oft wäscht und wäscht und wäscht und wäscht? Ich verwende ja keinen Trockner, aber trotzdem, ja, bleicht dieses Schwarz irgendwann aus. Und es sieht nicht mehr schön aus. Und deshalb habe ich mir eine neue schwarze Hose, weil Sarah gekauft. Ich fand die hier total schön mit diesem Detail an den Knien, dass da einfach nochmal, ja, das so ein bisschen abgesteppt ist. Naja, abgesteppt ist auch übertrieben, Heidi, wie könnte man das nennen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es halt ein Detail und sieht nicht ganz so schlicht aus. Ja, und hinten hat sie halt zwei Taschen. Kommen wir zu einem weiteren Schätzchen von Sarah. Oh mein Gott, können wir ganz kurz diesen Moment festhalten? Wie schön ist bitte diese Jacke? Die ist so, so schwer, echt, also das meint man gar nicht. Also ich denke mal, die hält mich auf jeden Fall warm. Und die ist halt was ganz, ganz Besonderes, wie ich finde. Natürlich zieht man da was Schlichtes an, ne? Auch jetzt nicht viel Schmuck oder so, weil das ist ja schon echt viel, was da dran ist. 79,95 Euro kostet die. Ich habe sie in S genommen, aber ich musste die unbedingt haben, weil ich fand die so genial. Ja, dann machen wir weiter mit zwei weiteren Teilen von Fashion5. Die hätte ich mal darüber legen müssen. Okay, das wird heute ein etwas chaotischer Haul. Ich war schon lange nicht mehr hier gesessen, ne? Ich habe auch meinen Hintergrund heute mal verändert. Irgendwie ist es total ungewohnt, weil ich im Moment so viel vlogge. Also sorry. Sorry, Leute, wenn das jetzt alles so ein bisschen durcheinander ist. Aber ich hoffe, ihr verzeiht mir. Jedenfalls von Fashion5 habe ich mir noch diesen Pullover hier bestellt. Ich finde den so edel. Ich muss darunter schon was tragen, aber ich finde gerade für Tage wie heute, wenn die Sonne scheint, braucht man ja nicht unbedingt so einen riesen, dicken, fetten Pulli. Sondern ich bin da ganz glücklich, wenn ich sowas hier anhabe. Ich fand die Farbe auch sehr, sehr schön, sehr schlicht, sehr edel. Auch hier mit diesem Kragen, das gefällt mir sehr gut. Man könnte hier so eine Kette noch tragen, damit man die sieht. Oder eben gar keine Kette. Und den Pulli finde ich auf jeden Fall richtig, richtig schön. Und dann habe ich mir noch einen weiteren Hoodie bestellt, eben von Fashion5. Und zwar diesen hier. Auch wieder was Chilliges, was Bequemes. In diesem Teil hier vorne drauf, dieses Ornament-Teil, finde ich auch schön. Ich finde die Farbe schön. Und der ist auch wieder super, super kuschelig. Machen wir kurz weiter mit Zara. Mit ein paar Pätzen. Und zwar mit Schuhen am besten. Oh mein Gott, ich liebe Schuhe. Von Zara. Die werden jetzt nicht jedem gefallen. Das weiß ich schon. Vor allen Dingen gefallen sie auch meinem Mann nicht. Ich weiß nicht. Männer finden ja sowas immer eher unsexy, ne? Mit so einem dicken und breiten Absatz. Aber mir haben sie so gut gefallen. Ich glaube, 54 Euro habe ich dafür bezahlt. Hier mit diesem schönen Velour. Diese Steinten hier, die Perlen. Das ist halt im Moment sowieso total der Trend. Und mir gefallen sie halt gut. Und deswegen habe ich sie mir gekauft. Dann machen wir weiter mit diesen Schuhen hier von Zara. Die habe ich noch gar nicht getragen. Was habe ich denn dafür bezahlt? Moment. 89,95 Euro. Ich habe sie an der Puppe gesehen. Mit so einer Skinny Jeans. Und dachte mir, oh mein Gott, Heidi. Diese Schuhe musst du unbedingt haben. Und habe auch schon eine Idee im Kopf, wie ich sie tragen werde. Und zwar, wie gesagt, auch mit so einer Skinny Jeans. Und dann eine Pullover. Oben drüber. Wo ist er? Okay, der ist noch bei mir im Schrank. Den hole ich euch gleich. Und dann zeige ich euch, dass ich fand... Ich finde das einfach so eine geile Kombi. Wenn du so einen Oversize-Pulli hast. Eine enge Jeans. Solche Schuhe. Und dann bist du angezogen. Für den Herbst. Und da ist er, der Pulli. Ich habe ihn schnell geholt. Sorry für diesen chaotischen Haul heute. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Aber wie gesagt, ich war lange nicht mehr hier gesessen. Also, zurück zum Pulli. Der ist so, so schön. Der ist, wie gesagt, auch von Zara. Ganz, ganz weich. 39,95. In S habe ich ihn genommen. Und ich habe mir das eben so vorgestellt, dass ich diese Schuhe hier tragen werde. Eine enge Skinny Jeans. Und dann diesen riesen Oversize-Pulli obendrauf. Oder zum Beispiel eine ganz dicke, blickdichte Strumpfhose. Hier eine weite, lange Bluse unten drunter. Und dann ist man echt richtig schick, finde ich. Angezogen. Und ja, das ist, glaube ich, ein wahres Schätzchen in meinem Schrank. Dann habe ich mir noch ein Oberteil mitgenommen. Und zwar ein sehr enges Oberteil. Ein sehr figurbetontes Oberteil hier mit diesem Rollkragen. Und zwar wollte ich so ein Oberteil mal haben für diese Hose hier. Die hatte ich euch auch schon in einem Haul gezeigt. Die ist eben High Waist. Und die ist auch von Zara in einem sehr dünnen Stoff. Aber die werde ich jetzt auch für den Herbst tragen. Habe ich auch schon getragen mit diesen Schuhen hier. Und ich wollte einfach etwas obendrauf haben, dass man reinstecken kann. Und ja, deswegen habe ich mir dieses Teilchen hier geholt für 12,95 Euro. Ja, das waren jetzt erstmal soweit die Sachen. Wir kommen dann später noch zur Überraschung, die ich für euch habe. Ich habe euch ja vorhin davon erzählt und habe es dann ganz vergessen zu erwähnen. Aber jetzt machen wir erstmal mit meinem Schmuck weiter. Und zwar ist es dieser hier. Der rutscht mir auch schon die ganze Zeit hin und her. Ich habe nämlich gerade die Aufnahmen gesichtet. Sorry, dass sie nicht gerade gelegen war. Auf jeden Fall liebe ich sie sehr. Ich trage sie auf jeden Fall die ganze Zeit. Habe sie euch auch schon in meinem Blog gezeigt. Wollt sie hier aber in meinem Fashion Video auch nochmal erwähnen. Ich finde die so, so schön. Und zwar ist die von MeinPunkt. Die gibt es auch in Silber. Ich habe dazu auch einen Rabattcode für euch. Das war ein netter Rabattcode sich RossellaMir17. Und da könnt ihr gerne mal bei MeinPunkt vorbeischauen. Vielleicht findet ihr auch irgendwas anderes, was euch noch besser gefällt. Dann habt ihr auf jeden Fall Geld gespart und habt ganz, ganz viel Spaß beim Shoppen gehabt. Auch dazu die Links nochmal unten in der Infobox. Jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zu Fashion 5. Und zwar hatte ich jetzt hier zum Beispiel auch noch diese zwei tollen Prospekte mit dabei. Ich liebe so Lookbooks. Ich mag das total gerne. Da hole ich mir natürlich auch Inspirationen. Fand ich richtig schön. Wollte ich euch auch noch kurz zeigen. Und dann noch ganz kurz zur Überraschung, die ich für euch habe von Fashion 5. Und zwar darf ich euch einen Rabattcode zur Verfügung stellen, der bei einem Bestellwert von über 30 Euro 20% gewährt. Das finde ich richtig viel Geld. Also 20% zu sparen ist wirklich ein Wort. Und da freue ich mich, dass ich euch das zur Verfügung stellen kann. Wie gesagt, alle Infos dazu auch nochmal in der Infobox. Mein Gott, die Infobox, die wird diesmal auch wieder ganz schön voll. Okay, also meine Lieben, ich hoffe, dass ich jetzt nichts vergessen habe. Ansonsten zeige ich es euch einfach weiterhin in den Vlogs oder im nächsten Video dann hier als Fashion Video oder anderes Video. Und ich hoffe, dass eine kleine Inspiration für euch dabei war. Ich würde mich jedenfalls sehr, sehr freuen. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr bei den Mädels mal vorbeischaut. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!